Wir arbeiten an unserer Schule sehr digital, deshalb bekommt jeder Schüler am Anfang der fünften Klasse ein iPad. Damit arbeiten wir im Unterricht sowie auf unserer digitalen Lernumgebung, die bei uns Dealer heißt. Dies ist nun unsere digitale Lernumgebung. Man loggt sich mit einem Benutzernamen und Passwort ein. Dies kann man auch über einen Fingerabdruck tun, damit es etwas einfacher wird. Jetzt sehen wir hier unsere Übersicht, wo man die ganzen Fächer sieht. Und ich zeige euch jetzt Mathematik. Hier sieht man drei Niveaustufen. Einmal das grundlegende Niveau, mittleres Niveau und erweitertes Niveau. Grundlegendes Niveau ist auf dem Hauptschulstand, mittleres Niveau auf dem Realschulstand und erweitertes Niveau auf dem Gymnasiumstand. Hier sieht man einen grünen Balken. Das bedeutet, dass man den Test bestanden hat. Wenn man ihn nicht bestanden hat, kommt ein grauer Balken und wenn man ihn noch nicht geschrieben hat, wie hier bei dem gelben Feld ist er so weiß ausgekraut. Und wenn man auf die einzelnen Tests geht, kann man noch mal eine detailliertere Ansicht sehen. Hier sieht man noch mal die detailliertere Ansicht, wann man es geschrieben hat und wann es bewertet wurde. Und hier auch noch mal die Note. Was noch besonders ist, wir haben hier einen Kalender. Hier sieht man genau, wann Tests geschrieben werden und kann dadurch keine Tests mehr verpassen. Wir haben noch eine Besonderheit. Das ist bei uns Talkie. Hier kann man mit einem Lehrer oder auch einem anderen Schüler über Videoanruf sowie Sprachanruf oder auch Schreiben kommunizieren, wenn man irgendwelche Fragen hat. Hallo Frau Hase, was finden Sie denn vorteilhaft am Dealer Talkie? Hallo Lasse, grüß dich. Ja, der Vorteil ist, dass man direkt miteinander sprechen kann, dass nicht der ganze Kontakt über Mails laufen muss und man kann noch zusätzliche Lernpartner dazuschalten, sodass man in Kleingruppen kommunizieren kann. Danke, Eina. Bitteschön. Auf der digitalen Stempelkarte stehen die Aufgaben, die man erledigen soll. Wenn diese erledigt sind, kann man sie abhaken und jeder Schüler sieht seinen Lernfortschritt. Eina. 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 Vielen Dank.